Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die Metatyp 100 Klasse vorstellen, doch bevor ich euch zeige wie ihr die Klasse zusammenstellt, möchte ich euch ein Gameplay zeigen, sodass ihr ungefähr seht wie die Waffe ist und falls ihr keinen Bock auf dieses Gameplay habt, könnt ihr das auch ganz einfach überspringen. Schaut dafür in die Videobeschreibung, in die Zeitleiste und springt auf die Minute, wo das Klasse Setup anfängt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Feind hat die Patrouillenzone geschickert. Die Vorräte aufgefüllt und verweist. Der Feind hat die Patrouillenzone. 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 Da bekommt man noch mal ein bisschen weg. Die Patrouillenzone. Werft ihr Leute. Nehmen andere Kredenci. andere killen, kriegt immer wieder E.P. Was? Ich spawn bei den Gegnern? Das hat mich irritiert, dass da noch jemand gespawnt ist. Was macht der denn da? Oh, fuck! Nein! Was macht der denn da, Alter? Guck mal, jetzt sehen wir ihn. Einfach ballern, Bruder. Einfach ballern, guck mal. Ich bin einfach auf Schuss, ich hab sogar fast dem jeden gut. Pertäubionzone ist frei! Die Abtreibung! Gut, sein Kapitel! Fantäne! Gut, sein Kapitel. Gehíll! Genau, vacanne! Oh, ich bin ganz liter! Ganz nack! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.